Abschluss vor und herzlichen Klappung. So, verstanden. Warte. Okay, dann kann ich weiter. Hier, checken wir an dem Hauptquartier, was ist mit den Artilleriewerfen in der Stadt. Klappklappler sind noch angeboten. Muss nachladen. Sollen wir die ausschalten oder einfach nur die Schützen rausschießen? Vor uns, vor uns auf der Straße. Vielleicht muss nachladen. Vor uns auf der Straße, ich muss nachladen. Gämmertest du auf der Straße, die Gämmertest und vor uns auf der Straße gehören, durch den Kiel vor. Lass auf der Straße. Auf der Straße. Hier nochmal Check one an der Hauptquartier. Wir rücken jetzt Richtung Fragezeichen, Artillerie-Marker. Achtung, hinter uns irgendwo hab ich was gehört. Stopp. Verschraben. Okay, langsam weiter vor. Okay, weiter. Ja. Fahr mal erst zu der Ruine da rechts. Auf 315. Stopp. Wir steigen hier mal kurz ab. Gegen sichern, die Schützen bleiben mal drinnen. Ähm. Famous, schau mal, dass du Richtung Westen da die Panzer da schießt und die markieren kannst. An alle, Feuer frei auf alles, was sich bewegt. Ben, alles klar. Jawoll. Hier zischt es nur ganz gut. Ja, Kontakte ja auch. In der Ruine einkesseln. Und in jede Richtung decken. Wir haben noch Kontakt auf 160 Grad. Wir haben noch Kontakt auf 160 Grad. Schau mal, dass ihr die wegmähen könnt. Ich hab hier Panzer. Ich hab hier Panzer. Ich hab hier Panzer. 160 Grad. Ich hab hier Panzer. Ich hab hier Panzer. Ich hab hier Panzer. Hegel 3. Ähm. SS-Markierung auf der Karte. Orten westlich davon müssen Panzer sein. Versucht die Max to main. In idealerweise Süd-Nord-Richtung. Ich hab hier Panzer. Habe ich so wahrscheinlich. Ja, wir sind überhaupt nicht sicher hier drüben. Ja, er geht in die Ruine. Ich kann mich hier nicht ausdenken. Rainbow, ihr kriegt Unterstützung. Warte, 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 warte. Ja, ich hab da noch sie da. Überhaupt nicht. Ich hab da noch sie da. Ey, die Panzer haben uns mit dem B. Mit dem B. Stimmt. Ich bin ja auch getroffen. Ja. Was ist da auch? Hegel an, Leiter, kommen. Ich muss mich erst mal verbinden. Ich muss nachladen. Geht halt weiter in die Ruine rein, wenn möglich. Geht halt weiter in die Ruine rein, wenn möglich. Bleibt hier. Ihr könnt daran, dass ich euch gerade in tausend Meter Höhe mit dem Fußschrauber gesehen habe. Kommen. Scheiße, ich glaub wir haben einen haben wir verloren. Jawoll. Jawoll. Hat irgendjemand vom Kontakt zu Nightmare? Die sind stumm wie 5 Meter Feldweg. Hier, Jack-A-One. Keine Ahnung. Wir sind ja sehr schwer im Beschuss. Äh, schnell wenn möglich. Hörst mich jetzt an. Jawoll. Gehört mich. Ich versuch selbst mal einen normalen Freifall-Fall-Fall-Fall. EG-4 wurde was getroffen. Wir können keine Bestätigung darüber geben, wir sind beschäftigt. Wie sieht's da bei euch in der Ruine aus? Ja, schon der schwärm Beschuss von allen Richtungen und allen Seiten. Famous, bist du noch da? Keine Ahnung aus dem Boot-Team, die ungefähre Position markieren. Von oben mit Nachtsicht sieht man fast nichts. Was hat der gefällt mir? Äh, Famous schaut aus, ob du irgendwas mit dem Laser markieren kannst, wenn möglich. Oh! Ingenieur sind die, äh, sind das die, äh, sind das die, äh, die Dreier-Formationen keins hat ich da gesehen haben. Positiv. Haben Sie unter Beschuss genommen, weil ich aber nicht auf dem Treffer dabei bin? Scheiße, ich bin getroffen worden. Ich bin gleich bei dir, ich mach noch kurz hier voll fertig. Ich bin gleich mit dem Laser. Passt schon, ich kann mir selber Morphim geben. Okay. Taser, die Panzer sind immer noch in Bewegung, gell? Ja. Okay, Eagle, Laser-Ziel steht. Los, los, los. Wir mal in Flugung. Verstanden, einfach mit 20. Laser-Diller fast. Laser ist er fast. Bombe fällt. Okay, bist fertig. Danke. Ich hab' 17 Mad-Kids. Ja, aber nicht jetzt. Passt schon. Okay. Ich könnte dir eins mitgeben haben, wie wenn du möchtest. Nee, ich kann's ja selber nicht nehmen. Okay. Eagle, 2 koordinierst du deinen Angriff? Ich bin Return to Base. Äh, feindliche Bewegung auf 180 Grad. Im Wald. So verstanden. Von rechts nach links. Ok, bis unten. Oh, wer ist das hier zum Glac Jaaa... Wie hat jemand gedroppt? Frage, würde ich nicht definieren? Ich bin noch fit, aber ich suche... Äh, Famous, hast du noch Laser? Markierung offen? Ja, jede Menge! Okay, Ziel wird markiert. Verstanden. Äh, wie sieht's aus mit Munition, Jungs? Habt ihr noch? Leon, hast du noch? Ich hab mir was vom Feind gepackt weil ich hier nur Scope hab. Ich hab noch 8 Magazine. Äh, sobald jetzt die Bombe runter ist will ich, dass wir da zu der Artillerie gehen, weil ich will hier weg. Die Fahrzeuge dürften eh beide Schrott sein, was die Bewegung angeht. Wow! Toll! Hat Boom gemacht! Bleib liegen! Okay, wir müssen hier weg. Sobald wir verbunden sind und so weiter, gehen wir... Gehen wir zur Artillerie hier weg. Äh, Spam down? Kann sie noch laufen, Taisl? Nein... Nein... Oder... Jungs, ihr müsst helfen, sonst... 20 geht's heute, Taisl hat sich großgefahren. Yeah! Na, ich muss neu starten. Alle drinnen? Ja, sieht gut aus. Rescue Men, Rescue Man... 絶' dä, 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 dä... weiß einer von euch wer das ist der da noch liegt also von mir liegt keiner mehr also von alpha 1 ist es keiner ja aber famous ist es auch nicht und du auch nicht also nein weil ich sitz hier ja ist es vielleicht BAM? BAM habe ich noch nicht gesehen ich bin im Windows momentan ok dann haben wir dann fliegen wir umsonst ghost man naja mal gucken wir werden wahrscheinlich je abgeschossen ich bin optimistisch du gibst der Mission jetzt grad einen Sinn sinnlos sterben den Sinn sinnlos zu sterben oh schluck auf er lebt wieder schluck so wir nähern uns der Insel Brücke voraus ok ich setze euch raus und hebe dann gleich wieder ab aber ich bleibe da nicht stehen solange ihr da sucht schluck auf ja ich ja ich ja ich ja ich schluck auf ok raus 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 ja ich äh Das Boden-Team, hört ihr mich? Ja, wir haben den. Alles klar, war nur Funk-Check. Am besten übers große Funk, nicht übers kleine. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn habt. Ja, wir haben 5,700 leften. so Bodenpersonale, das fliegt der Auge Jo Kannst uns rausholen, Achtung Panzer, kreuzen hier öfters auf So verstanden, ähm, Anflug Rauch kommen Rein, 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 rein Warte, warte, Leon ist noch nicht drin, warte, warte, warte Schnell Go, 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 go Scheiße, das wird knapp Scheiße, Heckrote Ausfall Komm, du scheiß Hülle, geh hoch Nighthawk down und nix da Blackhawk down Markus, ihr müsst einen weiteren Rettungs- Negativ, negativ, keine Rettung Nighthawk kehrt mit sehr, sehr schweren Schaden Und schnellem Benzinverlust zurück Ihr müsst uns irgendwo dazwischen aufgabeln Soll ich die Eagles trotzdem losschicken mit einem anderen Heli? Positiv, zum anderen Flughafen, Aeroport, irgendwas für Ich seh grad den Namen nicht Swanson oder so ähnlich Der Funk-Contact mit Swante Pinlo Tazo, also Funk-Contact mit Markus Hier, Evac an Eagle One kommen Okay, und dann muss die Eagle Two nehmen Markus ist nicht da Hier, Scheiße Ja Das hat sich gerade erlebt Das war doch jetzt mal sowas von mega-fett Das war doch jetzt mal sowas von mega-fett Ja Äh, okay Okay Und dann noch mal sowas von mega-fett Und dann, wo der Wind in der Wind in der Wind in der Wind